Was war der Aussagewunsch Ihres heutigen Referates? Wenn es um Digitalisierung geht, wenn es darum geht, unsere Generation als Kunde oder als Mitarbeiter abzuholen, machen Unternehmen einen ganz klassischen Fehler. Und der passiert fast jedem, nämlich dass sie meinen, sie erfüllen die Spitze des Eisbergs, machen eine lustige Facebook-Werbekampagne oder drehen ein tolles Imagevideo und damit sind sie digitalisiert, damit sei schon alles geschafft. Aber das ist eben nur der Anfang, sondern es braucht bei der Digitalisierung, es sind so weitreichende Veränderungen, es braucht Veränderungen innerhalb der Organisation, um den neuen Anforderungen, die durch den Markt jetzt bestehen, gerecht werden zu können. Und erst dann kann ich, nachdem ich mich intern so gewandelt habe, dass ich den neuen Anforderungen nach Effizienz, nach Innovation, nach Geschwindigkeit, dass ich denen gerecht werden kann, erst dann kann ich anfangen, mir Gedanken darüber zu machen, nach außen zu kommunizieren, wie toll ich denn eigentlich bin. Wenn Sie das alles erkannt haben, diese Unternehmen, sagen wir die ältere Generation, das dann aber doch umzusetzen, was Sie jetzt da sagen, ist das nicht nochmal ein Riesensprung nach vorne, den Sie da machen müssen? Die ganzen organisatorischen, internen Veränderungen zu machen und zu gehen, ist ganz essentiell für diese Unternehmen, weil denen geht es ja darum, ihre Zukunftsfähigkeit auf dem Markt zu sichern. Aber die Konkurrenz war nie so stark wie her, wie jetzt, weil wir haben einen digital-globalen Markt. Und die Veränderungsgeschwindigkeit durch die Technologie ist momentan auch so hoch wie nie zuvor. Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen mit meinen alten Rezepten anfange, mich zu verändern, einen Change-Prozess zu starten, dann bin ich in zehn Jahren irgendwo angekommen, was dahin schon wieder zehn Jahre alt ist und vollkommen veraltet. Das heißt, es kommt kein Unternehmen drumherum, sich auf diese Veränderungen einzustellen, die mitzugehen, um einfach am Ball zu bleiben, um uns als Kunde und als Mitarbeiter mitzunehmen. Was ist der essentiellste Teil, den Sie heute hier lernen konnten? Ich denke, das war sehr präzise, was Sie hier gemacht haben. Also es gilt, die Digitalisierung nicht irgendwie als ein Trend oder als etwas zu verstehen, was eine Abteilung vielleicht noch ein bisschen on top macht, sondern die Digitalisierung ist etwas, was es erforderlich macht, das komplette Organisationsmodell, das komplette Geschäftsmodell neu zu schreiben, jede Abteilung neu zu denken, um darauf reagieren zu können. Es ist nicht eine Abteilung on top, sondern es zieht sich durch das gesamte Unternehmen durch. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Nun noch eine abschließende Frage zur Schweiz und zu GfM. Was denken Sie, was so eine Tagung bringt für diese Branche, für die Leute? Es stellt sich ja schon die Frage, warum im Zeitalter von Online-Kursen und Webmeetings man noch solche Veranstaltungen wie hier braucht. Aber es ist dann eben doch nicht zu verachten, das echte persönliche Miteinander, das Networking, so viele Leute, die man irgendwie kennt, wiederzutreffen und auch direkt im persönlichen Austausch mal eine Frage an die Referenten richten zu können. Deswegen wird es solche Veranstaltungen, glaube ich, noch lange geben. Wie es jetzt irgendwie mit mehrtägigen Seminaren und Fortbildungen aussieht, gut, das steht in den Sternen. Musik Musik Musik